Herzlich Willkommen zum 11. Komm zum KAS. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins und der Zürcher Peer-Gesellschaft als Ersatz für den Communication Summit, der leider auch 2022 der Corona-Krise zum Opfer fällt. Deshalb machen wir weiter mit Podcasts. Heute ein sehr spannender Gast, nämlich der Chef des Ringier Verlags, Mark Walder. Er war CEO, ist immer noch CEO, aber er ist seit 2018 auch Miteigentümer des Ringier Verlags und damit Mitverleger von Ringier. Mark Walder war früher natürlich Journalist beim Sonntagsblick, Chefredaktor dort, lange Zeit auch Chefredaktor der Schweizer Illustrierten. Stark engagiert er sich auch für die digitale Zukunft der Schweiz. Digital Switzerland ist so etwas wie sein Kind. Herzlich Willkommen, Mark Walder, hier bei uns. Guten Morgen, Reto. Ja, diese Frage möchte ich all meinen Gästen stellen. Was hat Corona dich jetzt persönlich gelehrt? Das ist eine grosse Frage, Reto. Ich glaube, Demut in vielerlei Hinsicht hat es uns gelehrt, dass es da draussen Dinge gibt, die uns in kürzester Zeit enorm beeinflussen können. Unser gesellschaftliches Leben, unser privates Leben, unser berufliches Leben, dass es ganze Länder in schwierige Situationen bringt, ganze Industrien und so weiter. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Lektion, also die Vulnerabilität von uns allen und auf der anderen Seite demzufolge auch, wie dankbar man sein darf, soll, muss, wenn Dinge gut funktionieren. Du selbst hast Corona gehabt, glaube ich, im November letzten Jahres, obwohl du ja geimpft warst, doppelt geimpft. Was hat das bei dir ausgelöst nochmals? Gab es da noch einmal eine persönliche Betroffenheit, eine zusätzliche? Die Ironie ist ein bisschen, dass ich sehr vorsichtig mit Corona umgegangen bin als Privatperson bei uns in der Familie, aber auch das Unternehmen sehr diszipliniert damit umgegangen ist seit Beginn der Pandemie und es mich dann trotzdem erwischt hat. Ich habe in den vergangenen Wochen ganz, ganz viele Tests immer gemacht, eigentlich seit dem ganzen letzten Jahr schon, weil ich finde, dass die Tests etwas Gutes sind und so habe ich mich auch sehr früh testen lassen, als ich ein Kratzen im Hals hatte und prompt war das dann positiv. Drei Tage lang waren nicht so angenehm, also das heisst, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Husten natürlich, ich hatte Gliederschmerzen, aber dann war es nach drei Tagen auch wieder vorbei und ich war froh, dass ich doppelt geimpft war. Ich wollte gerade den Booster versuchen, einen Termin zu bekommen. Das ist mir also Corona zuvor gekommen. Ich bin sehr froh und kann das nur allen empfehlen, geimpft zu sein oder sich boostern zu lassen. Alle Studien zeigen, dass das ein Schutz, ein massiver Schutz ist vor zusätzlichen Symptomen und Komplikationen. Es ist kein Schutz offensichtlich, dass man Corona nicht trotzdem bekommen kann. Du hast gesagt, du warst immer sehr vorsichtig und man hat das Gefühl, dass das eigentlich auch für den ganzen Verlag gegolten hat. Hat jetzt Marc Walder so ein bisschen seine persönliche Betroffenheit beim Thema auch dem ganzen Verlag übergestülpt? Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, der Ringe Verlag ist extrem konsequent diesbezüglich. Und ich habe schon gehört, jemand hat gesagt, Marc Walder ist ein Hypochonder, jetzt macht er den ganzen Verlag quasi nervös mit dem Thema. Was sagst du dazu? Also zum ersten Punkt, ja natürlich, ich erachte das als eine Aufgabe von einem Leiter eines Unternehmens, dass er gewisse Prinzipien versucht auch zu implementieren. Jetzt muss ich aber sagen, dass die gesamte Konzernleitung von Ringe, das ist ja ein Team, eine Teamarbeit. Alle meine Kolleginnen und Kollegen die gleiche Philosophie hatten von ganz Anfang an. Und das hat sich darin geäußert, dass wir eines der ersten Unternehmen waren, die ins Homeoffice, wir haben etwa 7.500 Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind, zu einem grossen Teil. Wir haben später Masken, als Masken eine Mangelware, Waren noch, einkaufen können und haben die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Familien nach Hause geschickt. Das tönt aus heutiger Sicht komisch, weil heute kaufst du überall die Masken, aber das war damals schwierig. Wir sind später dann, sehr früh, haben wir 3G bei uns implementiert, weil ich das eine sinnvolle Massnahme finde und später sogar 2G implementiert. Das war, glaube ich, jetzt im November letzten Jahres. Wir haben versucht, zusammen mit der Zurich, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schweiz und den Familien Impfen zu ermöglichen, als Impfen ein Engpass war, gerade hier im Kanton Zürich, ihr erinnert euch. Und diese Überzeugung ist eine weitestgehend wissenschaftlich basierte Überzeugung und darauf sind wir auch alle stolz, auf diese Haltung. Und hat diese Überzeugung sich dann natürlich auch journalistisch ausgewirkt? Denn man hat ja das Gefühl, wenn man den Blick liest zum Beispiel, ganz klar, ihr wart immer für das Impfen, ihr wart für die Masken, ihr wart immer ganz konsequent, auch für härtere Massnahmen, auch fürs Homeoffice. Also hat diese quasi interne Politik dann auch den Journalismus dominiert? Also wir sind ein Unternehmen und darauf sind wir auch stolz, des Dialoges. Wir reden untereinander, wir reden zwischen allen ungefähr 110 Firmen, die unter diesem Ring je Dach sind, haben wir eine offene Kultur der Debatte und des Dialoges. Und selbstverständlich auch ist das für den Blick, trifft das zu. Und ich glaube, der Blick hat sehr früh, die Blickgruppe hat sehr früh, worauf ich sehr stolz bin, gewisse Grundparameter. Du hast einige davon erwähnt. Die Primärmechanismen wie Distanz, Masken tragen, Homeoffice, was sinnvoll ist, 3G, 2G, Impfen, Boostern als gute so quasi Primärmassnahmen gefunden. Das sind ja, ich sage, das sind eigentlich gar keine politischen Massnahmen, das sind eigentlich wissenschaftlich basierte Massnahmen. Und darauf bin ich stolz und entlang dieser Punkte habe ich auch die Berichterstattung des Blicks vorbildlich gefunden. Weil es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Eine Boulevardzeitung hätte auch ganz anders reagieren können. Zum Beispiel die Bild-Zeitung in Deutschland hat die Politik mehrfach kritisiert, ganz scharf angegangen. Das hätte auch in der Schweiz so gehen können. Aber man hat das Gefühl, dass das eben nicht gemacht wird. Das ist vor allem dein Verdienst, sagen wir mal. Wenn man das als Verdienst bezahlt. Nein, ich würde zwei Sachen nicht ganz so hinstellen. Das Erste ist, dass der Verdienst der Blickgruppe ist, dass sie diese Linie, diese Haltung in dieser historischen Krise, wir dürfen nicht vergessen, dass eine wirtschaftliche Krise, eine medizinische Krise, es ist eine gesellschaftliche Krise, in der wir uns übrigens immer noch befinden, gerade jetzt, wo die Zahlen wieder sehr, sehr hoch sind. Auch wenn sich das Virus offensichtlich jetzt so mutiert, dass wir vielleicht und hoffentlich in diese sogenannte endemische Phase hineinkommen. Wir werden sehen. Aber das ist das Verdienst der Blickgruppe. Und nur noch ein Punkt. Also die Blickgruppe hat es mir schon wichtig, auch die Regierung immer wieder auch hart kritisiert. In der Tendenz aber dafür, dass die Massnahmen in der Schweiz vielleicht nicht schnell genug oder nicht hart genug waren, die Schweiz war schon ein bisschen eine Insel der Öffnung, wenn man es verglichen hat mit anderen Ländern um uns herum. Das war die Haltung, kritisch, aber im Grundsatz hat man die wichtigen Punkte vertreten. Und ich möchte noch etwas sagen, weil am Schluss geht es ja auch darum, dass man messen kann als Medium, gerade als digitales Medium, sehr genau messen kann, wie eigentlich der Zuspruch oder die Aufmerksamkeit der Userinnen und User ist. Und da hat der Blick über 40 Prozent zugelegt, und zwar nachhaltig zugelegt. Und ich glaube, das ist auch eine Art Beweis oder Genugtuung, dass diese Linie eine Linie ist, die akzeptiert wird. Also würde ich sagen, diese Haltung wird gutiert von den Leserinnen und Lesern in der Schweiz. Das ist mehr oder weniger die Mehrheitshaltung. Und die wird dann auch entsprechend gutiert. Das heisst, es ist ein Erfolg. Es ist in Zahlen definitiv ein Erfolg. Die Blickgruppe hat wahnsinnig an Publikum dazugewonnen, dank und durch Corona. Und was wichtig ist, eben nachhaltig. Also es ist nicht nur so, dass man einzelne Peaks hatte, wenn es eine große Pressekonferenz des Bundesrates gab, sondern eigentlich über die letzten zwei Jahre hinweg sehen wir sehr gut, dass man über 40 Prozent mehr sogenannte Audience hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Kompliment zurück an diese Redaktion, die sehr gut gearbeitet hat. Und du würdest jetzt nicht sagen, das ist ja wohl jetzt nicht das ganze Video, das da aufgetaucht ist von dir, nochmal gross diskutieren, aber würdest du sagen, Ringje ist genügend regierungsfern oder seid ihr zu regierungsnah? Jetzt nicht nur bei diesem Thema Corona, sondern generell? Generell, ich sehe diese Diskussion sehr gelassen entgegen. Wir können alle Medien in allen Ländern analysieren und anschauen, ob wir das jetzt in der Schweiz anschauen oder in Serbien oder in Polen oder in Ungarn. Diese Medien sind unabhängig. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen mit einem Mitaktionär, der eine sehr kredible, grosse, erfolgreiche Versicherungsgesellschaft ist. Die Mobiliar, die sich in keinerlei publizistische Belange einmischt auf Stufe des Verwaltungsrates und unsere Medien sind sehr unabhängig als familiengeführtes Unternehmen. Sowieso kritisieren die Regierungen, wenn sie das Gefühl haben, das ist notwendig und stützen die Regierungen, wenn sie das Gefühl haben, das ist notwendig. Ich sehe hier ein sehr gutes Bild unserer Medien, jetzt auch in der Corona-Politik. Aber gleichzeitig seid ihr dann auch immer wieder sehr nahe an den Bundesräten dran. Also wenn ich jetzt an Herrn Bärse denke, der dann in einem neuen Magazin von euch quasi Journalist spielt oder so etwas Ähnliches. Muss das eigentlich sein oder wäre es hier nicht besser, doch sich mehr abzugrenzen und auch sich zu wenig mit solchen Prominenten zu umgeben, also ein bisschen mehr Distanz? Nein, nein, das sehe ich komplett anders. Also wenn ein Medienunternehmen von der Grösse wie Ringje oder die Publikationen wie der Blick nicht einen intensiven Austausch hat mit Wirtschaftsführern, mit Politikern, mit Parlamentariern, mit Kulturschaffenden, mit Fernsehmoderatoren, also wenn man nicht nah in einem Dialog, in einer, das ist ja schlussendlich eine Arbeitsbeziehung, die man mit Politikern, Wirtschaftsführern, Kulturschaffenden, Sportlern und so weiter hat. Stell dir vor, der Blick wäre nicht nah an Murat Yakin als Nationaltrainer der Fussball-National. Das wäre ein Desaster. Also das erwarten, glaube ich, auch die Leserinnen und Leser von diesen Publikationen. Ich habe nochmal ein Zitat nachgeschafft von Hans-Joachim Friedrichs, das kommt in dem Zusammenhang oft, dem ehemaligen Moderator der Tagesthemen. Er hat mal gesagt, ein guter Journalist ist ein Journalist, der sich nie mit einer Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten. Nun, es ist sicher eine gute Sache, wenn man faktenbasiert und wissenschaftsbasiert argumentiert. Aber habt ihr da nicht manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten gemacht oder sich eben doch mit der Sache identifizieren? Die Blickgruppe, das ist ja auch alles dokumentiert, wo die Blickgruppe die Regierung kritisiert hat. Viele, viele Male jetzt, wenn wir wieder bei Corona sind. Aber wir können auch das Beispiel jetzt nehmen von der Fussball-Nationalmannschaft, wir können das Beispiel nehmen zur EU-Politik des Bundesrates, wir können das Beispiel nehmen zu Vorlagen, die in den letzten Jahren gefallen sind. In allen Ländern müssen wir das auch ein bisschen wegnehmen von der Blickgruppe. Also da bin ich stolz auf die Haltung und die Berichterstattung dieser Redaktionen von Ringier. Das ist eine, finde ich, sehr gute Entwicklung. Die sind gut, die sind kritisch, die haben ihre Unabhängigkeit. Darauf sind wir stolz. Aber wenn man das so betonen muss, wir berichten jetzt faktenbasiert über Corona, wissenschaftsbasiert, dann würde das im Umkehrschluss heissen, dass bei anderen Themen machen wir das nicht. Ja, aber das finde ich jetzt von dir zu kurz gegriffen, um diese drei Schlagworte faktenbasiert und so wissenschaftsbasiert aufzunehmen. Lassen wir uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Das ist eine historische Krise und eine Redaktion, eine historische Krise, in der sehr viel Evolution drin ist. Wenn man zurückdenkt, da kam, ich möchte dieses persönliche Beispiel vielleicht anführen, da kam also dieses Virus aus China nach Europa und zuerst in Norditalien, Bergamo, Wien und uns an diese Situation damals. Und sehr früh hat die Blickgruppe, wenn wir jetzt noch einmal über die Blickgruppe reden, aber sie soll stellvertretend für unsere weit über 100 Medien sein, begonnen darüber zu berichten. In dieser Anfangszeit, in diesen ersten Wochen, Reto, hatte ich persönlich als Leiter dieses Unternehmens sehr, sehr viel Kontaktaufnahmen von anderen, von Kolleginnen und Kollegen aus welchen Industrien auch immer, die mir gesagt haben, hey, übertreibt es nicht, am Ende des Tages ist das ein Virus, wie wir es häufig kennen. Und dann kam dieser übliche Vergleich mit der Grippe. Die Blickgruppe hat, finde ich, um das jetzt so zu nennen, eine hervorragende Berichterstattung gemacht, ohne Panik zu machen. Das ist mit dem Wissenschaftsbasierten gemeint. Also sie hat sich immer bezogen auf die wissenschaftliche Erkenntnis, die allerdings sich immer wieder verändert hat und es auch in Zukunft noch tun wird, weil es eben ein heimtückisches, neues Virus ist. Also da möchte ich den Redaktionen ein Kränzchen winden, dass sie das getan haben in einer, wie ich finde, ruhigen, fairen, ausgewogenen, faktenbasierten Art. Vielleicht nochmal zurück zu dem Fall, ohne das jetzt nochmal zu vertiefen, aber doch zu sagen, du hast ja deine Äusserung gemacht an einem privaten Anlass und dann wurde das in die sozialen Medien getragen. Was hältst du eigentlich davon? Kann man heute noch irgendetwas an einem privaten Ort sagen, ohne dass es morgen irgendwie auf irgendwelchen sozialen Medien drauf ist? Nein, das kann man nicht. Es ist so, dass im Prinzip heute eigentlich jede Aussage eine öffentliche Aussage ist. Wir sehen das ja auch oft, wenn wir auf sozialen Plattformen Videos sehen, die heimlich oder halbheimlich gefilmt wurden. Ich habe keine Ahnung, an einem Bahnhof, an einem Fussballspiel, auf einer Tribüne, im Schauspielhaus völlig egal. Die Digitalisierung ermöglicht, dass jegliche Form von Inhalt sofort distribuiert wird und ich glaube, eine wirklich völlig neue Ära, die angebrochen ist. Ich möchte das jetzt aber, weil es hier ja auch um Medien geht, vielleicht das spiegeln. Und das ist eine Herausforderung für Medien, eine enorme Herausforderung für Medien. Warum? Weil jedes Individuum grundsätzlich sehr schnell sehr viel Publikum erreichen kann. Das war früher das Privileg von Medien. Das ist heute für jeden möglich. Aber, und jetzt komme ich wieder zum Punkt der faktenbasierten Einordnung, Kredibilität, Relevanz, das ist dort, wo die Medien die Userinnen und User, die Bürgerinnen und Bürger überzeugen müssen, dass sie die Einordnung liefern, dass sie die Kredibilität liefern, dass sie vielleicht auch die Relevanz herausschälen in dieser Welt, wo wir alle konfrontiert sind mit einem Informationsgewitter, das gewaltig ist. Also ich sehe es ja, ich könnte tagelang im Internet rumsurfen und Inhalte beziehen, Videos beziehen, Podcasts beziehen, Texte beziehen, Bilder beziehen. Das ist ein gigantisches Meer von Informationen. Das ist eben, glaube ich, die Aufgabe des Journalismus und wird es bleiben, oder? Diese Einordnung und diese faktenbasierten Berichte, was jetzt irgendjemand, der einfach irgendwas ins Internet stellt, nicht kann. Matthias Ackred hat über dich geschrieben, ihm persönlich, du seist der Meister der Unangreifbarkeit und der Eloquenz. Und trotzdem ist dir jetzt so ein bisschen ein Schlamassel passiert. Wenn du das jetzt, wenn du deine Zukunft so anschaust, wirst du dich jetzt anders verhalten, eben weil du weißt, alles kommt sofort in den Medien, man kann da in so einen Wirbsturm hineingeraten. Wirst du vorsichtiger sein jetzt? Weil das ist ja eigentlich auch der Nachteil, der aus einer solchen Situation entstehen kann. Man sagt dann einfach nichts mehr und auch nichts mehr, das irgendwie Gehalt hat oder irgendwie auch zu Kontroversen Anlass geben können. Ich habe eine ganz vielleicht altmodische Haltung, dass man eigentlich jeden Tag, vielleicht sogar jede Stunde etwas lernt und dass alles, was man quasi macht, einen weiter beeinflusst. Jeder Eindruck, jede Person, die man kennenlernt, jede Erfahrung mit sich selber, die man macht, hat einen Einfluss. Und das ist die Evolution eines jeden Individuums. Und wenn es dann grössere Impacts gibt oder grössere Begebenheiten gibt, das kann, indem man eine ganz spannende Person kennenlernt. Es kann sein, dass ein Arzt einem hilft mit einem Problem, was man mit sich herumgetragen hat. Also das heisst, man bewegt sich immer vorwärts und man verändert sich evolutiv. Und eine solche Situation, wie ich sie jetzt erlebt habe, verändert sich dann prägnanter. Ich würde meinen, das macht einen definitiv vorsichtiger, noch bedachter. Es macht einen auch demütiger. Ich finde, Demut ist ein ganz wichtiger Teil eines Menschen, den man nie verlieren darf. Weil es eigentlich schade ist, wenn eben alle so vorsichtig sind, dann bekommen die Journalisten gar keine guten Statements mehr. Oder das bemerkt man heute doch bei all diesen Firmen, Unternehmen. Die PR-Berater sagen immer, sei vorsichtig, sag möglichst nichts, sag möglichst nur noch etwas, was keine Kontroversen auslösen kann. Das ist doch unglaublich langweilig, was da entsteht am Schluss. Ja, wobei, wenn Menschen kommunizieren, egal ob das jetzt Politiker, Wirtschaftsführer, Kulturschaffende, Sportler, was weiss ich, Showstars sind, dann geht es ja auch immer darum, dass sie ihr Publikum, wofür auch immer, vereinnehmen wollen. Ein Musiker hat eine andere Intention als ein Komiker, ein Politiker wiederum eine andere, beispielsweise als ein Sportler. Das ist ganz klar. Und am Ende des Tages, glaube ich, geht es um Werte, tönt altmodisch, ist aber so, und um Authentizität. Und da gibt es verschiedenste Ausprägungen. Es gibt Politiker, die, ich nehme jetzt ein aktuelles Beispiel, der neue Bundeskanzler, der inhaltlich, glaube ich, sehr präzise, sehr intelligent von mir aus auch seine Sachen sagt, aber in einer sehr ruhigen Art und Weise. Und es gibt Politiker, da nenne ich jetzt das Gegenteil, Trump, der ein völlig anderes Naturell hat, der sehr provokativ ist, der sehr schwarz-weiss ist, der auch sehr ungeschliffen, wenn ich es mal so sagen darf, ist. Also ich glaube, ich mache mir keine Gedanken oder Sorgen, dass wir jetzt hier in eine totale perfect corporate world oder political correctness hineinlaufen, auch wenn es klar ist, dass jeder Satz, aber das kann auch benutzt werden, Trump hat das sehr stark benutzt auf Social Media, jeder Satz sofort in die eine oder andere Richtung viel Publikum bekommen kann. Muss man auch ein bisschen sich einfach von diesen Shitstorms einfach mal sagen, okay, jetzt ist halt ein Shitstorm am Laufen, morgen kommt der Nächste, was soll's? Also muss man sich auch ein bisschen gelassener werden bei diesen ganzen Themen? Reto, ein Gedanke, den ich weit zurückspielen möchte auf eine Aussage von Michael Ringje, unserem Verwaltungsratspräsidenten, vor vielen, vielen Jahren an einer Managementkonferenz von Ringje, hat er gesagt, und das war damals ein bisschen vielleicht sogar irritierend für Zuschauerinnen und Zuschauer, hat gesagt, das Internet ist die Klowand der Gesellschaft. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, auch wenn es eine in sich provokative Aussage ist, weil das Internet natürlich auch sehr viel Gutes hat, aber was mir, und das tönt so ein bisschen väterlich, aber was mir schon Sorge macht, was ich nicht gut finde, ist die Art und Weise, wie beispielsweise in Leserkommentaren, digital, vorgegangen wird, da ist eine Vulgarität, eine Brutalität, eine Primitivität zu beobachten, teilweise natürlich, um Gottes Willen nicht bei allen, die ich schlecht finde, wirklich schlecht finde. Soziale Medien gibt es verschiedene Kategorien, aber Twitter hat sich, ich war sehr früh ein grosser Fan von Twitter, hat sich entwickelt in eine Art Beschimpfungsplattform, radikalisiert, vulgarisiert, primitivisiert, das macht mir auch Sorge und der Dialog ist härter, brutaler, zum Teil primitiver geworden. Das empfinde ich als ein schlechtes Mitbringsel dieser Digitalisierung. Sprechen wir noch über ein ganz anderes Thema. Vor zwei Jahren kann ich mich gut erinnern, am Communication Summit haben wir Blick TV vorgestellt mit Jonas Breuer. Ja, wie geht es eigentlich, Blick TV nach zwei Jahren? Jonas Breuer ist schon wieder weg, der grosse Initiator, und haben viele gedacht, also wenn der Breuer weg ist, dann ist das das sinkende Schiff. Also der, vielleicht in zwei Kapiteln, Blick TV ist eine typische Geschichte der Kultur von Ringje, man könnte jetzt auch sagen Kultur von Blick, in diesem konkreten Fall ist ein zusätzliches Produkt, eine Dienstleistung der Blick Gruppe, nämlich, dass man unternehmerisch denkt. Blick TV ist keine billige Sache, das heisst, man hat gross investiert in Infrastruktur, Studios, Audiovisuell, das sehen wir auch hier, ist aufwendig. Zweitens hat man in Menschen investiert, also das heisst, man hat viel neue Journalistinnen, Journalisten im audiovisuellen Bereich Technik und so weiter angestellt. So, und dann geht es darum, wie definiert man so ein Produkt, wie macht man ein Produkt, dass es am Schluss in dieser neuen Form gut ankommt und die neue Form heisst am Ende des Tages das Smartphone. Also dort drauf soll Blick TV, Bewegtbild der Blick Gruppe stattfinden und da gab es Sachen, die man sehr gut gemacht hat. Ein Beispiel, die Qualität von Blick TV, die produktionstechnische Qualität, die visuelle Qualität, auch die journalistische Qualität empfinde ich als sehr, sehr gut. Die Art und Weise, wie man es distribuiert hat, die Art und Weise, wie viel man Blick TV gesendet hat, am Anfang von morgen mehr oder weniger bis am Abend, da hat man sehr viel dazugelernt. Ich bin super glücklich, dass wir so stark auf die audiovisuelle Karte gesetzt haben. Medienmarken waren früher auf Papier, Zeitung oder Zeitschrift, dann wanderten sie auf den grossen Schirm, dann wanderten sie auf den kleinen Schirm, dann kam Video, Bewegtbild dazu und das schnellstwachsende Inventar auf diesen kleinen Formaten bleibt nach wie vor Bewegtbild. Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin froh und ein wichtiger Teil des Erfolges von Blick TV, vom Bewegtbild-Angebot der Blick Gruppe, ist eben auch, dass wir gute Inhalte audiovisuell zeigen können. Aber unter dem Strich muss ja auch noch etwas rauskommen. Ist das dann profitabel jetzt schon oder ist das immer noch in der Investitionsphase? Reto, wenn du die Profitabilität der Blick Gruppe anschaust, dann nimmt die zu und zu und zu. Das heisst, sie ist eine Gewinnerin der Digitalisierung. Zuerst kam quasi der Rückgang im Print. Dann kam eine Phase, wo man gesagt hat, entweder wir sparen uns zu Tode, ich überspitze das oder wir investieren. Ringe hat sich entschieden, wie in vielen anderen Geschäften auch zu investieren. Dann ist es zuerst einmal teuer und wir sehen ganz klar, dass jetzt die Profitabilität der Blick Gruppe über mehrere Jahre hinweg stetig steigt. Das heisst, es ist ein Gewinner der Digitalisierung. Die zweite Rechnung ist, schaust du Blick TV ganz quasi Standalone an als Produkt und nicht im Gesamtangebot der Blick Gruppe, dann hat das in erster Linie einmal zwei Jahre lang sehr viel Geld gekostet. Und was ist die Zukunft? Also macht man jetzt so weiter oder gibt es irgendwie Pläne, das zu verändern? Nein, es ist auch hier evolutiv. Ich glaube, man hat heute sehr viel und übrigens möchte ich noch an Jonas sagen, Jonas hat Grandioses geleistet, Punkt, Full Stop, Grandioses geleistet. Hat sich dann entschieden, was ich übrigens einen sehr spannenden Schritt für ihn als Person, als Journalist finde, als Chefredaktor zur NZZ am Sonntag zu gehen. Das lief alles wunderbar harmonisch. hat grossartiges geleistet. Das Team von Blick TV ist jetzt ein neues, nicht das ganze Team, aber die Art und Weise, wie es geführt wird. Und das ist eine gute Erfahrung. Das ist eine absolut gute Erfahrung. Wir würden es wieder machen. Rückblickend würden wir einige Sachen logisch anders machen. Aber das ist immer so, wenn man zurückschaut. Was würde die anders machen? Vielleicht ein Punkt? Ich glaube, man würde mit den Learnings von heute von Anfang an punktueller reingehen und nicht quasi linear von morgen bis am Abend senden. Du bist ja auch der Initiator von Digital Switzerland. Und wir haben ja jetzt gesehen, eine Phase, wo wir gemerkt haben, vieles in der Schweiz läuft eben noch nicht so digital, wie wir uns das gewünscht hätten. Vom Gesundheitswesen, Spitäle, Bundesamt für Gesundheit und so weiter. Fühlst du dich jetzt ein bisschen bestätigt? Weil du hast ja vor Jahren schon gesagt, die Schweiz müsste viel digitaler werden. Du hast dich da eingesetzt. Fühlst du dich bestätigt darin, dass du das eigentlich fast schon prophetisch vorausgesehen hast? Wie schlecht, dass wir eigentlich aufgestellt sind? Ja, das möchte ich auch anders framen, Reto. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich digital schlechter aufgestellt sind. Es gibt ja viele von diesen globalen Indexen. Die heissen dann Digital Competitiveness Index. Und da ist die Schweiz immer in den Top-5-Positionen drin. Aber es gibt einzelne Themen, und ich picke schnell zwei, drei raus, wo ich glaube, dass die Schweiz die Chance hat, besser oder noch besser zu werden. Erstens, ich beginne bei meinem Lieblingsthema. Was lernen die Kinder in der Schule? Hier gibt es meiner Meinung nach ein grosses Manko. Also das heisst, dass die Lehrpläne heute weitestgehend gleich sind, wie als wir beide in die Schule gegangen sind, nämlich vor 40 Jahren. Da hat sich zu wenig getan, auch wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist die digitale Interaktion zwischen der Bürgerin und dem Bürger und der Gemeinde und dem Kanton oder dem Bund und der Verwaltung. Ich glaube, da hat die Schweiz in den vergangenen Jahren ein Beispiel, digitales Patientendossier. Also das heisst, dass jeder Bürger, jede Bürgerin, wie in anderen Ländern, Dänemark als Beispiel, eigentlich alles abrufbar hat. Das ist ein Riesenvorteil auf der Kostenseite, ist ein Riesenvorteil auf der medizinischen Seite für die Patientin, aber auch für den behandelnden Arzt. Das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist das Selbstverständnis, dass man in digitale Firmen in der Schweiz auch investiert und nicht nur stolz ist, wenn man Aktien kauft bei Google und Amazon und Facebook, sondern dass man glaubt an die, zwar immer eine Stärke der Schweiz, an die Innovationskraft dieses Standortes mit ETA und EPFL, zwei Top Ten Hochschulen, technologische Hochschulen hat, mit unglaublich viel Talent, das tönt auch so ein bisschen abgedroschen, aber die Schweiz ist eine Wissensnation und die Schweiz war immer gut, wenn es um neue Sachen ging und das ist auch in der digitalen Welt so. Also das heisst, dass mehr Kapital in diese eigenen digitalen Erfindungen, Start-ups fliesst, anstatt einfach sie quasi im Silicon Valley zu investieren. Du hast jetzt gesagt, die Schweiz ist eine Wissensnation, ist es aber nicht doch manchmal ein bisschen beängstigend, dass trotzdem viele Leute sich eigentlich nicht mehr an die Wissenschaft glauben beziehungsweise gerade beim Impfen zum Beispiel sehr kritisch, sehr skeptisch sind. Ich habe immer gedacht, eben die Schweiz sei eine Wissensnation und uns sei das bewusst, aber ist uns das wirklich noch bewusst oder einem Teil der Bevölkerung? Wie wichtig und wie sehr unser Wohlstand eigentlich auf dem beruht, auf diesem Wissen? Ja, ich kann die Frage, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil du hast jetzt rausgepickt, ich finde zu Recht die Frage, warum ist die Impfquote in diesem Land relativ tief? Ich glaube, das hat viele Faktoren, ob man so vereinfacht sagen kann, dass man nicht mehr an die Wissenschaft glaubt. Oder skeptisch. Es kann sein, es gibt eine gewisse Skepsis, ich glaube, die hat vielerlei Gründe. Ein Grund aus meiner Sicht ist, dass die Schweiz nicht krisenerprobt ist, weil sie schlichtweg in den letzten Jahrzehnten einfach keine Krise hatte. Beispiel, dass eine Kapazität in einem Spital, in einem Kanton, in einer Stadt effektiv an die Grenzen kommen kann, war, glaube ich, für viele Schweizerinnen und Schweizer gar nicht vorstellbar. Beispielsweise, dass man in eine bedrohliche Situation kommen kann, entlang der Wertschöpfungsketten. Also, dass man das Nahrungsmittel theoretisch knapp werden könnte, ist eine Erfahrung, die dieses Land einfach über Jahrzehnte, Generationen hinweg gar nicht gemacht hat. Ich glaube, das hängt sehr stark auch damit zusammen. Aber zurück zum Punkt, worauf die Schweiz aufpassen muss, ist, dass sie, die Bürgerinnen und Bürger, die Institutionen, konstant in dieser Lernkurve drin bleiben. Also, dass man diese Lust am Lernen hat, am Weiterkommen hat und dass man nicht genügsam wird, dass man nicht satt wird. Wohlstandsverwöhnt. Das ist schon ein Thema. Also, wenn du natürlich über Generationen hinweg die pünktlichen Züge die höchsten Einkommen hast, die tiefsten Arbeitslosenquoten, wenn einfach ganz viel in diesem Land wunderbar funktioniert und die Leute nervös werden auf dem Perron, wenn der Zug 30 Sekunden zu spät ist und das Gefühl haben, jetzt ist aber etwas gar nicht mehr gut, dann kann das auch bequem machen. Dann kann das auch zu einer Art, selbstverständlich geht in diesem Land immer alles richtig führen. Also, wir sind wenig Krisen geprobt. Würdest du jetzt sagen, diese zwei Jahre Pandemie haben uns digital mehr gebracht als sämtliche Digital Days der Vergangenheit? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Der ganzen Welt. Die drei Beispiele. Dass man E-Commerce mit allen Vor- und Nachteilen, ich will das jetzt nicht vereinfachen, aber dass E-Commerce etwas Tolles ist, haben ganz viele Haushalte mitbekommen. Dass Videokonferenzen, am Anfang der Pandemie hat man gesagt, also viel Geschäft, viel Neues wird nicht passieren während dieser Pandemie, weil du kannst nicht über Videokonferenzen Firmen kaufen oder Projekte in Gang bringen oder Change-Prozesse durchführen, hat man gesagt. Und schon ein halbes Jahr später hat man gemerkt, man kann über Videokonferenzen viel mehr und man macht viel mehr, als man gedacht hat. Damit meine ich nicht, dass physische Treffen nicht unwichtig sind als Beispiel. Oder dass Digitalisierung im verantwortungsvollen Umgang Menschen schützen kann, Menschen helfen kann mit Informationen, dass Daten verantwortungsvoll umgegangen, dafür plädieren wir bei Digital Switzerland, sehr, sehr stark, Menschen nützen kann, sich sicherer zu fühlen, sich sicherer zu verhalten, gerade in der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie hat für die Digitalisierung, die Positives und Gefährliches hat, wie alle Sachen im Leben, einen gigantischen Schub gebracht. Du bist jetzt Mitverleger vom Ringier Verlag. Ist das schon die Nachfolgeregelung, wenn Michael Ringier irgendwann mal abtritt? Bist du dann der Hauptverleger? Nein. Erstens einmal ist die Situation bei uns in der Konzernleitung, im Verwaltungsrat und in der Familie Ringier hervorragend, wie sie jetzt ist und ist super stabil, ist besser denn je. Ich glaube, auch die Entwicklung des Unternehmens, diese wirklich eindrückliche Transformation, die dieses Unternehmen gemacht hat, auch die betriebswirtschaftlichen Zahlen sind auf sehr gutem Weg. Es ist eine wunderbare Unternehmerfamilie mit einem wunderbaren Mitaktionär, mit einem sehr guten Verwaltungsrat. So wie die Situation jetzt ist, und das ist nicht, weil es politisch korrekt ist, ist sie wunderbar und daran soll sich auch nichts ändern im Moment. Ganz zum Schluss noch fünf Sätze zum Ergänzen, ganz kurz. Ich spiele immer noch gerne Tennis, weil… Ich spiele nicht mehr Tennis. Gar nicht mehr? Nein. Wirklich? Nein. Schluss. Schluss. Mein Punkt ist, ich habe so viele Bälle übers Netz gespielt, dass es mir langweilig geworden ist. Okay, also kein Tennis mehr. Der Wirbel und meine Aussagen über die Corona-Berichterstattung ist für mich… Eine grosse Lehre. Guter Bulvar heisst für mich… Verantwortungsvoller Bulvar. Die Marke Blick steht für… Steht für Nachrichten, die für jede Bürgerin und jede Bürger interessant sind zu lesen. Und die Schweiz muss sich dringend noch stärker digitalisieren, weil… Es die Schweiz kompetitiv halten wird. Vielen Dank, Marc Walther, für dieses Gespräch. Das war sehr spannend. Das war der neuste ComSumcast. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify beispielsweise, Apple oder auch per Videocast über YouTube. Nächster ComSumcast dann wieder in einem Monat. Vielen Dank fürs Zuhören.